Willkommen zurück zu Allmarmimental 2 mit Simon und Leisem Zwerg und einer random Pyrillian. Wir spielen jetzt... Willst du's sagen? Elf El Dian Dui. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Gerade ist diese Map irgendwie unser absoluter Nemesis. Wir haben es erst zweimal probiert. Oh, da war grad echt ein Verwindungsproblem bei dir kurz da. Du hast kurz wie ein Roboter geklungen. Wir haben es schon dreimal versucht. Nein, nicht einfach nur mit Stops dazwischen, sondern auch verzerrt. Ja, nein, ist ja trotzdem gut. So, ja genau, ich spiel jetzt hier Victor, damit ich Leute anklicken kann. Ich geh wieder links lang. Ja, da gibt's so eine Kiste, wo es manchmal Zeug gibt. Die nehm ich ganz gerne mit. So. Hallo. So. Bombe und Geschwindigkeit, gar nicht so schlecht für mich. Autsch, der ging durch. Übrigens, ich bin dabei mein Deed-Video zu vollenden, wie ich mir Deed-Rebook vorstellen könnte. Ich hab bereits die englische Version aufgenommen, wird ungefähr 15 Minuten lang. Und ich bin jetzt gut dabei, die deutsche Version aufzunehmen, beziehungsweise muss ich noch aufnehmen. Aber das ist relativ simpel. Wie willst du damit etwa andeuten? Dein Englisch ist nicht so gut wie dein Deutsch, oder was? Ja, ja, mein Englisch ist nicht so gut wie mein Deutsch, geil. Äh, hehehe, andersrum, aber ja. Mein, mein Engl... Ne, war richtig. War richtig okay, ja, ich wollte schon sagen. Mein Englisch ist nicht so gut wie mein Deutsch. Ah, ne, falschrum. Ja, dann Respekt. Ne, ne, mein Englisch ist nicht so gut wie mein Deutsch. Ich hab mir da Mühe gegeben, hab mir ein Skript geschrieben, aber bei der deutschen Version mach ich das ohne Skript. Und vergiss die Hälfte, sehr gut. Nö, ich hab's nicht mehr offen, aber ich guck immer mal wieder rein, nichts Besonderes. Ich hab gestern, wo ich alleine gespielt hab, die eine Aufnahme... Ja, gestern Abend. Ja, vor Sekunden oben, okay. Ja, ja, oben. Da hab ich, ähm, Flut in der Dunkelheit gespielt, auch hier mit Victor. Und ein Zwerg ist gestorben und der ist hinter uns gespawnt. Und wir laufen da, laufen da. Der sagt uns nicht, wo er spawnt. Richtig traurig. Du musst extra nachfragen. Bist du hinten, Zwerg? Ja, bin ich. Richtig schade fand ich das. Bei mir ist Nassassina. Kein Problem. Ja, bei mir ist ja alles. Ja, aber ich hab dir ja Schild gegeben. Und irgendwo hinten ist auch ein Gasratter. Genau da. Kannst du dir die holen? Perfekt. Nee, nee, ich brauch den nicht. Ah, Puba ist ja Bot, okay. Macht Sinn. So, ich kann natürlich auch mal ein bisschen stärker sein trinken. Hab schon. Sagt er mir jetzt. Da hab ich einen stärker trank. Ich konnte so schnell schön, ich konnte so schön schnell angreifen. Ich kann schon kaum mehr reden. Hab zu viel Englisch geblabbert. Oh nein, ouch. Dankeschön. Kann dem auch noch helfen. Ja, ja. Einmal, einmal pro 100 Assassinen passiert jetzt auch mehr. Ja, ich hab, ich hab, ich hab, äh, Respekt. Das ergibt sogar einen Satz, cool. Ja, heute sind wir ganz, ganz gut dabei mit, ähm, plappern, gell? Das ist der Wahnsinn. Aber ich red sogar ein bisschen mehr als sonst, oder? Ich muss schon mal trainieren für morgen. Ja, ja, äh, zwei, drei Buchstaben sind pro Wort mehr. Hahaha. Das sind die, die ich mich verplapper. Alter, was ist denn hier los? Die werden so zugeschüttet. Entweder Packmaster oder hier die, also Rückgraten. Oder halt, ich sag's grad. Hier die, wie heißen die Viecher? Äh, Warpfire? Nein, diese grünen. Plakemonts. Ja, Plakemonts. Meine Freunde. Ich find die aber gar nicht mehr so schlimm, Plakemonts. Kommt halt immer drauf an, was für ne Klasse du spielst. Wenn du fünf gleichzeitig hast. Ich nehm mein Leader. Was nehmst du? Leader. Hab ich mir genommen. Achso, ich wollte ihn ja gerade geben, aber ich hatte ihn gar nicht. Okay, gut. Ich kann mal wieder mit dem Hammer ein bisschen kämpfen. Denn die Kleinen sind ja eigentlich deutlich besser, als der Maunstern. Zumindestens ein bisschen. Also hier, Karellian, nehm du Leader am besten. Ne. Und ich geh mal dann zum ersten Tomb. Ich glaub, sie sind los im Dreieck. Ja, ich glaub immer, sie sind los im Dreieck. Und hopp. So. Nom nom, komm schon. Und wenn ich das dann gemacht hab mit dem Deed-Rework, mit meiner Idee, werde ich das hochladen. Und an dem Tag lade ich nur die zwei hoch. Also einmal das auf Deutsch und einmal auf Englisch. Oh ja, wann soll das kommen? Äh, die Tage jetzt. Ich hab ja das Englische schon gemacht. Ich muss jetzt noch das Deutsche machen. So, bitte. Na, gut. Und ich muss halt erstmal das Englische auch zusammenschneiden. Ich hab ja extra sinnloses Gameplay gemacht. Aber ich muss noch zwei Grafiken erstellen. Ich wollt' auch sagen, irgendwo hinter euch. War's das wert? Nein. Aber es war lustig. Ich weiß noch, wo mich einer vor einer Woche oder so angeschrieben hat, ob man vielleicht doppel Schildbash machen kann mit dem Victor hier. Aber dem ist leider nicht so. Find ich ein bisschen schade, aber ist halt so. Find ich wieder alleine, ja. Ja, ja, wir holen doch das, ähm, oder ich hol das Knoa. Ja, ich komm ja schon. Ich schreib dir nicht vor. So. Ups. Jetzt regenerieren wir sogar dann Kruber ein bisschen, bis wir einen Mitspieler bekommen. Bin ich mal gespannt. Üppig. Ich schlage ihn runter, du schlägst dann einmal drauf. Viel Spaß. Da hinten ist ne Redling. Ich bleib mal hier stehen. Hinter mir auch noch einer. Ich gehe in die Ecke, in die Ecke, Ecke. Ich werde eigentlich nichts dagegen, wenn sich Guerilla mal heilen möchte, oder? Ja, manchmal ist es in der Welle dann nicht so toll. Ja, aber es ist ja auch keiner hier. Wir haben übrigens das Jänner bekommen. Ja, ich hab's auch gesehen, aber ich kann noch nicht Hallo schreiben. So, jetzt. Hoi, hoi. Da war's ja grad ein bisschen zu leise. Ja, die sind noch nicht gegangen, die sind diesmal nochmal normal. Das war nur der Gainer, ja, ja. So. Oh. Ah ja. Feuer, überall Feuer. Ich seh mal wieder gar nichts. Ich hab keine Ahnung, aber ich weiß, was ich für ein Thumbnail haben werde. Feuer. Feuer. Nee, ich hab noch gar keins gemacht. Ich muss mal eins machen gleich. Ich schon. Aber ich mach's ja trotzdem nicht. Also wahrscheinlich kann ich. Wieso soll ich mich fein? Frag mich nicht. Nur weil ich halt tot bin? Hinter dir ist ein... Ja, ja, ich hab den gehört. Der wollte mich umarmen. Hier hätten wir genau das Tum und hast sogar ein Stärketrank für dich. Kriegst du den sogar noch als Set? Ich kann dir noch jemand den Stärketrank mitnehmen. Na ja, ist ja, na. Komm nochmal zurück. Ich kann mal wieder ein Thumbnail machen hier. Irgendwas Schönes gibt's von den zwei schon. So. Ja, ich seh gar nichts mehr. Überall Feuer. Hinter uns kommt noch ein Stormvermin. War noch ein Stormvermin. Ich bin fast tot. Ich geh ein bisschen mehr zum Eingang. Trillian ist tot, weil sie es nicht gehalten hat. Passiert. Sienna könntest du mal holen, theoretisch. Ich bin auch tot. Boah, hatte ich grad Glück mit dem Assassinen gehabt. Okay, ich kann dich noch holen. Okay. Abblocken Kostenverringerung for the win. Bleib mal stehen. Du Renderzwerg. Ah, du hast einen Tomb. Sorry. Dann nimm mal hier das mit. Habe ich vor. Danke. Kannst du auch Dings trinken, Lila. Und jetzt Monster, wetten? Ja, äh... Wir hatten doch einen schon. Der Konzentrationstrank bringt nicht so viel bei mir. Ich gebe dir das. Ja. Weil ich eh ständig Feuer bin. Okay. Denen geht mich, äh... Guerillian. Das ist auch gut. Das mit dem Umwerfen ist halt cool beim Zwerg. Ja, aber ich... Wenn ich jemanden schlage, bin ich halt voll. Hinten gibt's wieder Kunstreppen. Okay, wo ist der Strangler? Da hinten ist die Patrouille. Oh, da ist so dicht. Patrouille angelockt, gell? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Doch. Ich bin auf dem Weg zur Trillian. Ah, das haben die ganz gut aufgeräumt. Jetzt sind noch bei dir zwei. Ich hab fünf Stück gekillt, alter. Alter so. Und das ohne Bombe, wohlgemerkt. Diese Bomben. Kunst. Da war Kunst. Wo? Wo? Bei Guerillian. Ja. Prioritäten setzen. Ich bewege mich wieder schnell zu Sienna. Ich denke fast. Aber es geht bei dir? Ja, ich bin hinter dir. Ja, ich bin gesprungen. Bin ich das letzte? Ja, ich bin das letzte. Ja, ja, das letzte. Das hätt ich dir auch sagen können. Ha, ha, ha. Ich hab gestern geschafft mit Fabiano ein bisschen zu plappern. Oh, der Wahnsinn. Ja. Ich hab gesagt hier... Wie will ich schreibe? ...die Ideen, was hättest du denn? Und er so, ja... Eigentlich so nichts, aber wir können gerne mal ein bisschen machen. Und dann haben wir ein bisschen gemacht. Und dann haben wir ein bisschen drüber geplappert und dann auch ein paar Ideen gegeben. Fand ich sehr cool. Wir sind doch da, Karin. Kein Plan. Vielleicht meinte sie mich noch, weil ich grad noch ein Stück zurückwache. Hm, diese... Immer die Kisten, gell? Oh, Mann. Ist nie was drin, aber reingucken. Kann nie schaden, sind wir mal ehrlich. Ja. Das ist einmal Ehe drücken. Es kann schon schaden, theoretisch, aber praktisch halt nicht. Na, du weißt nicht, wo die Knöpfe sind, gell? Geh mal auf die rechte Seite hoch. Auf die anderen. Und dann hinten an der Wand ist der Knopf. Was brauche ich da überhaupt auf? Wo? Hinten an der Wand. Ja, ja, ganz, also einmal durchlaufen. Perfekt. Hier Munition. Die ich auch brauche als... Nein! Geht's bei dir? Ja, ich bin runtergesprungen. Blutig wie sonst. Dann habe ich erst auf mein Leben spiken geguckt, nicht andersrum. Ja, ja. Aber runterspringen ist eigentlich nicht so das Problem in dem Spiel. Weißt du noch, wo ich vorm Portal zu krass nach links gelaufen bin und gesprungen bin? Hier ist Kunst. Hier ist ganz viel Heilung. Bin ja schon unterwegs. Aber du weißt, Prioritäten setzen. Prioritäten setzen, ja, ja. Ich komme nicht so schnell ans Zierna ran. Ich nehme mir mal Heilung. Du hörst so langsam. Ja, hier oben wäre noch Heilung. Aber... Oh! Ich habe die schon mal... Uiuiui, ich habe gerade Angst gehabt. Kimoah, keiner? Ich definitiv nicht. Warum ist die Runde hier wieder so ein Desaster? Ich habe einen Assistent. Ich habe einen Assistent, danke. Kannst du mich vielleicht holen? Ich habe nochmal versucht, Grillen zu holen, aber... Da ging leider gar nichts mehr. Danke. Ich gehe auf die Redling hinten. Heil dich mal. Ja. Ja. Aua. Da war noch einer. Heilung lag auch noch hinten rum, aber das ist jetzt ein bisschen spät. Ja, ist mir jetzt egal. Du bist jetzt schuldig. Ich bin grün. Also, ich bin in Farbe. Ich bin nur... Aber du weißt, wenn ich mich jetzt heile, bin ich in zwei Minuten eh wieder so. Spätestens von... Ah, warte, jetzt ist der auch noch aufmerksam geworden. Jetzt könnte man langsam mal über Heilung nachdenken an meiner Stelle. Ich kann dich mit dem Schild nochmal einmal hochholen. Ja, alles okay. Okay, du holst die beiden, ich guck mal in der leeren Box hier hinten. Ah, hier gibt es einen Geschwindigkeitsdrang. Heilung wäre interessanter. Dauert noch ein bisschen, nicht mehr lang. Aber ich bin echt als Victor richtig kacke gerade gegen Dings, so Specials. Die Bombe hätte ich mir schon ausgeguckt, keine Sorge. Ah, ich geh mal wieder auf den Stormbärm hier hinten. Danke. Ich hab sogar beide bekommen. Was für Scheiße. Schade angemült. Schön, dass die mal weggeschossen werden. Oh nein, ich komm runter, weil sonst passt das. Okay, gut. Ich kann nicht holen, also alles gut. Stimmt. Aber nicht, nicht mehr als einmal hintereinander machen, bitte. Dann, ne, aber beim zweiten Mal bist du ja eh. Ja, kannst dich dann nochmal heilen, theoretisch. Kann man wieder mit den Hämmern kämpfen. So lange ich das Schild hier hab in der Hand, bin ich immer nie von den Hämmern richtig überzeugt. Ich bin aber bei Kirillin, die geht mal wieder ein bisschen nach hinten. Wie war das mit den zwei Mal? Geil. Ah, die hat auch ähm... Ich darf nicht drehen, weil ich kann. Weißt du, warum die sich nicht heilt? Die hat Natural Bond wahrscheinlich. Aber man sieht's nicht bei ihr leider. Ich empfehle Rinder an alle. Sag mal, neben dir welche sind. Ja, noch. Jetzt kommen welche zu mir. Okay, ich bin dabei. Einfach weitermachen. Ich lauf weiter. Ah, fertig? Ja. Okay, ich bin hinter dir. Tut mir leid, dass wir euch da ein bisschen alleine lassen. Mach, ich bin da. Komm schon. Gib mir noch fünf Sekunden. Jawoll. Unser Lieblingsgegner. Ich bin wieder weiter. Ja, ich bin hinter dir. Wehe, Sienna. Du drehst jetzt. Du bist besser im Kampf gegen die Kiecher als ich. Das sagst aber auch nur du. Ja, weil... Ja. Ich hab keinen Bock ab. Außerdem, ich hab ja einen Stärke-Train, gute Bomben und alles. Ich wär ja grad richtig gut. Theoretisch. Ja, theoretisch. Oh, Gas. Ich komm zu dir. Ich find's grad nicht so gut hier mitten in dem scheiß Dings zu sein. Auf dem Schlachtfeld. Hinter uns. Ich hole Karelian. Jawoll. Hauptsache, die Redling-Gun hat noch drei Dings mitgenommen, drei Storm-Wirmen. Das könnt ihr... Gern... Kann die gerne öfter machen. Aber es war wieder so eine Mission. Zwei Nahkämpfer, weißt du? Wir beide. Wir reden uns als einzigste richtige Fernkämpfer. Deswegen kommen die Specials leider so gut durch. Ja, aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wann mein Deed-Video kommt, sehen wir dann mal. Ich glaub, die nächsten Tage. Also... Ich bin halt nie motiviert, Dings zu machen, ähm, zu schneiden und... Wie heißt das andere denn? Die, ähm... Rendern. Ja, Rendern ist ja kein Problem. Das geht ja automatisch. Ich meine, ähm... Hier, die Grafen zu machen. Ich hab zwei Stück schon gemacht, oder drei insgesamt. Und ich muss noch ein paar machen. Auf jeden Fall. Da setz ich mich jetzt mal direkt dran. Na dann, viel Spaß. Genau. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss, tschüss, Leute. Ciao.